Vollkommen überraschenderweise hat Sam Altman, der Geschäftsführer von OpenAI, heute angekündigt, dass es bis auf Weiteres nicht mehr möglich sein wird, einen neuen JetGPT Plus Account zu erstellen oder einen vorhandenen Gratis-Account abzugraden. Also, auch wenn man gerne 20 Dollar im Monat für die Premium-Funktionen des Chatbots hinblättern möchte, gibt es aktuell nichts außer einen Platz auf der Warteliste. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass nach dem Entwicklertag von OpenAI die Nachfrage und damit auch die Auslastung für den Bot so riesig ist, dass man den Traffic so drosseln muss, um das Ganze für die existierenden Nutzer stabil zu halten und nicht ständig Probleme mit Aussetzungen zu haben. Hier scheint es also wirklich massive Probleme zu geben bei der Infrastruktur, denn keine Firma würde freiwillig auf zahlende Kunden verzichten. Natürlich, wenn man hier vom Prinzip der Verknappung spricht, ist das eine andere Geschichte, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Wenn du trotzdem nicht auf diese Premium-Funktion verzichten willst, dann haben wir in diesem Video die besten Alternativen für dich, die du teilweise sogar komplett kostenlos nutzen kannst und ohne Warteliste direkt einen Platz bekommst. Und ich würde dir raten, bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir zeigen dir, wie du es trotz dieser Pause bei der Registrierung schaffst, einen JetGPT Plus Account zu bekommen. Zumindest aktuell. Aber sprechen wir über die Alternativen. Wir haben an sich drei Optionen. Das sind Bing, Barth und Perplexity. All diese Tools sind nicht so gut wie JetGPT Plus in der aktuellsten Version. Das muss man ganz klar sagen. Aber zumindest Bing und Perplexity verfügen über die Möglichkeit, mit GPT 4 zu arbeiten. Bei Perplexity allerdings nur in der Premium-Variante für ebenfalls 20 Dollar im Monat. In Bing können wir Bilder erzeugen und auf das Internet zugreifen. Außerdem können wir Office-Dateien erstellen und in der Online-Variante von Microsoft 365 verwenden. Barth bietet uns ganz ähnliche Möglichkeiten. Allerdings kann man dort nur Dateien im entsprechenden Google-Pendant der Office-Programme erstellen. Also zum Beispiel statt Excel kann man Sheets erstellen. Perplexity ist in der Antwortqualität relativ nah an GPT dran. Macht ja auch irgendwo Sinn, wenn es GPT 4 verwenden darf. Es kann tagesaktuell auf das Internet zugreifen und verfügt über die Co-Pilot-Funktion, mit der uns in einem Chat automatisch Folgefragen vorgeschlagen werden. Alles nette und wirklich brauchbare Features. Aber insbesondere die nahtlose Multimodalität vom neuen GPT Plus ist einfach qualitativ eine andere Liga, was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Man kann schon mit den Alternativen arbeiten. Aber es ist ernüchternd, dass wir so kurz nach dem großen Update von GPT als Gratiskunden nicht die Möglichkeit haben, diese Premium-Features zu nutzen. Für viele waren es genau diese Neuerungen, die sie überzeugt haben, ernsthaft über die Plus-Variante nachzudenken. Es ist aktuell leider nicht abzusehen, wann die Registrierung für einen Plus-Account wieder möglich sein wird. Es kann sich um wenige Tage handeln oder aber wie beim Browsing-Feature um mehrere Wochen, bis dann wirklich alles wieder beim Alten ist. Kommen wir jetzt aber zu unserem Hack. Tatsächlich habe ich es vorhin geschafft, mir mit einem kleinen Workaround trotzdem einen Plus-Account mit meinem iPhone zu sichern. In der offiziellen JetGPT-App von OpenAI kann man die Premium-Mitgliedschaft nämlich einfach als In-App-Purchase erwerben. Und diese gilt dann logischerweise durch die Verknüpfung des Accounts auch auf der Desktop-Version. Man sollte sich aber im Klaren sein, dass man dann 3 Euro mehr bezahlen muss, da die Gebühren vom App Store logischerweise noch draufgeschlagen werden. Wie lange dieser Trick noch funktioniert, ist schwer zu sagen. Also, wer unbedingt einen Plus-Account möchte, sollte vermutlich schnell zuschlagen. Wie immer halten wir euch auch hier auf dem Laufenden. Und sobald sich da etwas tut, erfahrt ihr es bei uns als erstes. Also, am besten direkt ein Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns im nächsten Video.